In diesem Video zeige ich dir, wie du einen Urlaubsplan in Excel erstellen kannst. Wir beginnen zunächst einmal mit der Erstellung des fortlaufenden Datums und dafür nutze ich die Sequenzfunktion. Wir springen dann in die Spalten und hier geben wir einmal 366 ein. Das steht für 366 Tage. Damit werden zunächst einmal auch Schaltjahre berücksichtigt. Diese Zahlen werden wir später aber noch anpassen. Dann müssen wir sagen, wo wir beginnen wollen. Und wir wollen hier ein fortlaufendes Datum erstellen. Dieses beginnt am 01.01. des entsprechenden Jahres. Und daher baue ich mir hier ein Datum, in dem ich die Datumsfunktion nutze. Nun verweise ich zunächst einmal auf mein Jahr und das finde ich hier oben. Und dann möchte ich immer im Januar beginnen und auch am 01. Damit kann ich nun die Formel schließen und wir erhalten nun eine Zahlenfolge ausgegeben. Ich markiere einmal die komplette Zahlenfolge und formatiere sie als Datum. Und schon haben wir ein fortlaufendes Datum erstellt und das Schöne hierbei ist, dass wir das Jahr hier oben einfach anpassen können und wir erhalten automatisch das korrekte Datum hier unten ausgegeben. Im nächsten Schritt möchte ich, dass mir die Anzahl der Tage im Jahr automatisch berechnet wird. Also bei Schaltjahren 366 und bei normalen Jahren 365. Und dafür nutze ich die Datumsfunktion. Ich rechne einfach 31.12. des laufenden Jahres minus den 01.01. des laufenden Jahres plus 1 und halte damit immer die korrekte Anzahl der Tage. Und dafür gebe ich ein Datum. Verweise auf das Jahr. Beim Monat gebe ich 12 ein für den Dezember und 31 für den entsprechenden Tag. Und dann rechne ich dieses Datum minus den 01.01. des laufenden Jahres. Damit verweise ich wieder auf das entsprechende Jahr. Beim Monat gebe ich 1 für Januar ein und bei Tag 1 für den 01.01. des Monats. Und nun muss ich noch plus 1 rechnen, denn sonst fehlt mir im Mai jeweils ein Tag. Und mit dieser Formel berechne ich nun automatisch die Anzahl der Tage für das entsprechende Jahr. Im nächsten Schritt fixieren wir einmal den Verweis auf das entsprechende Jahr. Damit das Ganze gleich nicht verrutscht, denn wir kopieren diese Formel und fügen sie in Zeile 4 ein. Dann markieren wir einmal sämtliche Datumsangaben und formatieren diese als Datum lang. Und wenn das hier nicht auf Anhieb klappt, dann wiederholen wir das Ganze nochmal. So sollte das nun aussehen. Dann markiere ich nochmal die untere Datumsangabe. Und wir gehen auf Zelle formatieren. Zahl. Und hier wählen wir das benutzerdefinierte Format aus. Und über dem normalen Format finden wir einmal dieses Format. Das wählen wir nun aus. Und wir erhalten hier einmal eine Vorschau, wie das Ganze aussieht. Ich lösche hier einmal den ganzen Rest und entferne 1T, sodass ich immer den Wochentag in diesem Kürzel eingezeigt bekomme. Dann bestätigen wir mit OK. Und so erhalten wir einen Kürzel des jeweiligen Wochentags. Dann markieren wir das obere Datum. Und gehen wieder auf Zelle formatieren. Zahl. Benutzer definiert. Auch hier wählen wir das obere Format aus. Und dann entfernen wir die Angaben zu dem Wochentag. Wir entfernen das Jahr. Und ein M. Und etwaige Leerzeichen. So sollte das Ganze nun aussehen. Wir bestätigen mit OK. Und erhalten nun ein Datum in verkürzter Form. Im nächsten Schritt passen wir die Ausrichtung des oberen Datums an. Und dafür markiere ich wieder die entsprechende Spalte. Dann gehen wir auf Start, Ausrichtung, A und B. Und wählen hier Text nach oben drehen aus. Wenn das nicht funktioniert hat, sollte man nochmal hinein klicken. Und dann wird einem das korrekt angezeigt. Nun passen wir noch die Spaltenbreite an. Und zwar springe ich einmal in die letzte Spalte. Dann markiere ich diese. Und dann markieren wir nochmal alle Spalten bis zum Anfang. Und ich stelle nun eine Breite ein von 26 Pixeln. Und die Spalte A kann ich nun wieder vergrößern. Dann passen wir noch hier die Ausrichtung an. Und zwar möchte ich die Ausrichtung zentriert haben. Und dann passen wir noch die Schrift an. Und da mache ich einmal die Fettschrift. So sollte das Ganze nun aussehen. Nun haben wir bereits ein fortlaufendes Datum. Inklusive der Wochentage. Nun möchte ich noch, dass mir mal zum Anfang des Monats der Monat in Kurzform hier oben eingeblendet wird. Um nochmal die Übersichtlichkeit zu erhöhen. Und die Monate hier besser unterscheiden zu können. Und dafür nutze ich die Wenn-Funktion. Und ich gleiche ab, wenn in dieser Zelle der erste eines Monats ist. Und den baue ich mir nun zusammen. Und zwar mit der Datumsfunktion. Ich verweise hier auf das Jahr. Beim Monat verweise ich auf dieses Datum. Und da möchte ich mir nur den Monat rausziehen. Und daher nutze ich die Monatsfunktion. Ich verweise hier einmal auf die Zelle B4. Und beim Tag soll immer der erste vorliegen. Wenn also in dieser Zelle der erste Januar beispielsweise enthalten ist. Dann soll mir der Wert aus dieser Zelle ausgegeben werden. Und davon werden wir uns gleich nur den Monat dann anzeigen lassen. Wenn kein Treffer erfolgt. Wenn also beispielsweise der zweite Januar vorliegt. Dann soll nichts ausgegeben werden. So stellt man das da. Mit zwei Anführungszeichen. Und damit schließe ich einmal die Formel. Und wir erhalten hier einmal zwei Rautezeichen. Dahinter verbirgt sich eine Zahl. Beziehungsweise ein Datum. Dieses wird mir nur nicht eingeblendet. Da hier nicht genug Platz ist. Und nun wenden wir einen kleinen Trick an. Wir packen noch die Textfunktion um unsere normale Formel herum. Und bei Textformat möchten wir den Monat ausgegeben bekommen. Und zwar in Kurzform. Und das Ganze stellen wir so dar mit drei M's. Und das Ganze in Anführungszeichen. Dann schließen wir die Formel. Und schon wird mir hier der Monat Januar in Kurzform ausgegeben. Dann machen wir das Ganze nochmal in Fettschrift. Und wir nehmen nun die Formel und fixieren noch den Verweis auf das Datum. Andere Werte müssen wir nicht fixieren. Und nun ziehen wir die Formel einmal lang. Ich klicke hier unten mit der linken Maustaste auf das kleine Viereck und ziehe die Formel nach rechts. Wir sind nun beim 31. Dezember hier angekommen. Und schon sehen wir, dass uns die Monate hier eingeblendet werden, sobald der jeweilige Anfang eines Monats vorliegt. Auch hier passe ich nochmal die Spaltenbreite an. Und damit haben wir bereits das Fundament gelegt. Und zwar die entsprechenden Datumsangaben, mit denen wir nun arbeiten können, um uns hier die Urlaubstage sowie die Feiertage und Wochenenden einblenden zu lassen. Im nächsten Schritt möchte ich nun noch die Kalenderwoche angezeigt bekommen. Und dafür füge ich eine neue Zeile ein. Und wir nutzen hierfür die Funktion ISO Kalenderwoche und verweisen einfach auf das Datum. Und schon wird mir die Kalenderwoche hier ausgegeben. Und ich möchte, dass mir diese Kalenderwoche nur jeweils an einem Montag angezeigt wird. Und dafür nutzen wir nun die Wenn-Funktion. Ich gebe ein Wenn-Klammer auf und mache nun einen Wahrheitstest. Wenn der Wochentag in diesem Feld hier gleich 2 ist. Die 2 steht hier für einen Montag. Wenn dies zutrifft, dann soll mir die Kalenderwoche ausgegeben werden. Wenn dies nicht zutrifft, dann soll mir nichts ausgegeben werden. So sieht die Formel dann aus. Ich ziehe das Ganze mal nach rechts. Und wir sehen, dass wir nun die Kalenderwoche nur jeweils an einem Montag angezeigt bekommen. Ich möchte das Ganze nur noch zentrieren. Und dann ziehen wir die Formel einmal komplett nach rechts bis zum Dezember. Ich schreibe hier noch Kalenderwoche dazu, damit man weiß, dass es sich hierbei um die Kalenderwoche handelt. Nun möchte ich noch die Ansicht fixieren, um eine bessere Übersichtlichkeit zu erhalten. Dafür springen wir in die Zelle B7. Dann gehen wir in den Reiter Ansicht, Fenster fixieren und wählen hier nochmal Fenster fixieren aus. Nun habe ich hier eine bestimmte Ansicht fixiert. Das heißt, wenn ich nach rechts scrolle, dann werden die Namen weiterhin angezeigt. Und genauso, wenn ich nach unten scrolle, dann wird mir das Datum hier oben immer noch eingeblendet. Und das erhöht die Übersichtlichkeit, wenn wir in diesem Dokument hier arbeiten. Als nächstes möchte ich nun, dass mir Wochenenden grau hinterlegt werden. Und dafür nutzen wir die bedingte Formatierung. Wir gehen zunächst einmal auf Start, bedingte Formatierung und Regeln verwalten. Dann erstellen wir eine neue Regel. Und hier wählen wir die Formel aus. Wir geben hier nun eine Formel ein, bei der als Ergebnis entweder wahr oder falsch herauskommt. Kommt wahr heraus, dann wird mir eine bedingte Formatierung angewandt, die ich hier gleich vorgeben kann. Kommt hier hingegen falsch heraus, dann wird diese bedingte Formatierung nicht angewandt. Und als Formel gebe ich hier einen Wochentag. Und dann verweise ich auf die Zelle B6. Das ist hier mein Sonntag. Und wichtig ist, dass wir den Verweis auf die Zeile 6 mit einem Dollarzeichen fixieren. Den Verweis auf die Spalte B fixieren wir hier allerdings nicht. Dann folgt ein Semikolon und hier geben wir die 2 ein. Und dann sagen wir, wenn der Wochentag größer 5 ist, dann soll die bedingte Formatierung angewandt werden. Und da gehen wir auf die bedingte Formatierung, ausfüllen und wählen hier beispielsweise die graue Hintergrundfarbe aus. Das bedeutet also nun, wenn hier entweder ein Samstag oder ein Sonntag enthalten ist, dann wird dies mit der Wochentagsfunktion mit der Zahl 6 oder 7 dargestellt. Und die 6 oder 7 ist größer als die Zahl 5. Wir erhalten also als Ergebnis wahr. Und dadurch wird diese graue Hinterlegung hier angewandt. Bei den anderen Wochentagen kommt als Ergebnis falsch heraus. Und diese graue Hinterlegung wird dann entsprechend nicht angewandt. Wir bestätigen nun mit OK. Klicken hier auf Übernehmen. Und sehen, dass mir dieses Feld nun grau hinterlegt wurde. Ich möchte nun, dass das Ganze natürlich auch auf die anderen Felder angewandt wird. Und daher müssen wir das Feld hier anpassen. Und zwar steht hier, wird angewandt auf B7. Das ändern wir nun. Und zwar sollte das Ganze so aussehen. B7 bis, in meinem Beispiel, NC62. Dann klicken wir auf Übernehmen. Und schon wird die bedingte Formatierung entsprechend auf diese Felder hier angewandt. Das sieht schon mal ganz gut aus. Wenn ich das Jahr hier anpasse, dann sehen wir, dass sich die bedingte Formatierung hier ebenfalls automatisch ändert. Nun habe ich bei mir noch ein kleines Problem festgestellt. Und zwar habe ich ja hier den letzten Tag. Der ist ja dafür gedacht, dass wir das Feld hier anpassen. Dass, wenn wir Schaltjahre haben, dann wird dieses Feld hier benutzt. Und trotzdem wird mir hier die Spalte hier grau hinterlegt. Obwohl hier eigentlich nichts enthalten ist. Warum das so ist, weiß ich nicht genau. Es könnte ein kleiner Fehler in Excel sein. Aber wir können diesen Fehler umschiffen. Indem wir nochmal unsere Formel anpassen. Und dafür gebe ich hier nun einmal die Wenn-Funktion ein. Gefolgt von der IstLeer. Und nun prüfe ich, ob die Zelle B6 leer ist. Wenn diese Zelle leer ist, dann soll mir der Wert falsch ausgegeben werden. Das heißt, dadurch wird die bedingte Formatierung nicht angewandt. Wenn diese Zelle jedoch nicht leer ist, dann soll hier diese Wochentagsprüfung vorgenommen werden. So sieht die Formel dann nun aus. Ich bestätige mit OK, übernehmen. Und wir sehen nun, dass diese falsch gesetzte bedingte Formatierung nun verschwunden ist. Im nächsten Schritt wollen wir die Urlaubstage einfügen. Natürlich könnte ich die hier einfach markieren und hier die Felder entsprechend markieren. Aber ich möchte das hier anders lösen. Und zwar möchte ich die Urlaubstage in eine bestimmte Zelle eingeben. Und dann sollen diese Urlaubstage mir hier mithilfe der bedingten Formatierung automatisch eingeblendet werden. Zunächst einmal möchte ich das Datum hier gruppieren. Und dafür springen wir in die letzte Spalte und markieren dann alles bis zum 1. Januar. Dann gehen wir auf Daten und aktivieren das Feld für Gruppieren. Wir sehen, dass hier oben so eine Linie erscheint. Wenn ich nun die Shift-Taste gedrückt halte und mit dem Mausrad nach unten scrolle, dann können wir die Datumsangaben hier einfach auf- oder zuklappen. Wir können diese auch aufklappen, indem wir zum Beispiel hier auf das Plus klicken. Das funktioniert auch. So, wir klappen sie einmal zu. Und dann möchten wir hier nun die entsprechenden Urlaubszeiträume des jeweiligen Mitarbeiters eintragen. Und ich gebe hier einen Urlaub und dann von bis. Und dann kopiere ich das Ganze viermal. Wenn man natürlich mehr zusammenhängende Zeiträume erfassen will, kann man hier auch noch mehr Felder einfügen. Dann kann ich hier einen Urlaub vorgeben, beispielsweise so. Und diese Angaben möchte ich nun nutzen, um daraus eine bedingte Formatierung zu erstellen. Wir gehen nun wieder auf Start, Bedingte Formatierung, Regeln verwalten und erstellen eine neue Regel. Und auch hier wähle ich wieder die Formel aus. Und als Formel gebe ich ein Gleich und Klammer auf und gebe jetzt zwei Bedingungen vor, die wahr sein müssen, damit die bedingte Formatierung aktiviert wird. Und einmal sage ich B6 muss größer gleich der Zelle ND7 sein. Und als zweite Bedingung muss die Zelle B6 kleiner gleich der Zelle NE7 sein. Damit das Ganze funktioniert, muss ich auch die korrekten Zeilen und Spalten fixieren. Einmal brauche ich ein Dollarzeichen bei B6 und zwar vor der Zeile 6. Und dann brauche ich ein Dollarzeichen vor der Spalte ND und vor der Spalte NE. So sieht die Formel dann aus. Dann gehen wir auf Formatieren und geben die bedingte Formatierung vor. Ich wähle hier einmal dieses Grün aus. Dann bestätigen wir mit OK. Und nun müssen wir noch das Feld anpassen. Wird angewandt auf. Und das ändern wir hier in die Zelle B7 bis zur Zelle NC62 in meinem Beispiel. Wir klicken auf Übernehmen. Dann klappen wir unsere Datumsangaben wieder aus. Und erhalten hier zunächst einmal einen Fehler. Das passiert hier manchmal, wenn wir jetzt nochmal auf Regeln verwalten gehen und uns unsere bedingte Formatierung ansehen. Dann sehen wir, dass mir hier die Formel etwas zerschossen wurde, weil ich hier den Anwendungsbereich geändert habe. Und daher müssen wir nochmal unsere Formel anpassen, falls bei dir auch dieses Problem aufgetreten ist. So sollte es korrekterweise aussehen. Wir gehen nochmal auf Übernehmen. Und dann springe ich mal in den Januar hinein und wir sehen, dass mir nun dieser Urlaub korrekt angezeigt wird. Wir können nun entscheiden, welche bedingte Formatierung Vorrang haben soll. Wenn ich beispielsweise möchte, dass die Wochenenden vor dem Urlaub dargestellt werden, dann gehe ich nochmal auf die bedingte Formatierung, Regeln verwalten. Und hier kann ich die Reihenfolge dieser bedingten Formatierung bestimmen. Wenn ich das Ganze nämlich so platziere, dann sehen wir, dass die Wochenenden hier Vorrang vor dem Urlaub haben. Nun habe ich wieder das Problem, dass die letzte Spalte bei mir grün dargestellt wird, obwohl das nach der Formel, die ich eingegeben habe, eigentlich nicht sein dürfte. Aber auch hier können wir uns wieder mit der Wenn-Funktion behelfen. Wir gehen auf Regeln verwalten. Dieses Arbeitsblatt. Dann gehen wir auf unsere bedingte Formatierung bearbeiten. Und hier fügen wir nun eine Wenn-Funktion ein und dann die Ist-Leer-Funktion und verweisen auf die Zelle B, Dollarzeichen, 6. Wenn diese Zelle leer ist, dann soll der Wert falsch ausgegeben werden, damit die bedingte Formatierung nicht angewandt wird. Ansonsten soll mir meine Und-Formel hier angewandt werden. Dann schließen wir die Formel, bestätigen mit OK und schon haben wir das Problem hier beseitigt. Nun funktioniert die bedingte Formatierung für diese beiden Spalten. Das heißt, wir können hier auch nochmal Urlaubstage eingeben. Und diese werden mir hier wunderbar eingeblendet. Das Ganze funktioniert aber noch nicht für diese Spalten hier. Und dafür müssen wir jeweils eine eigene bedingte Formatierung erstellen. Und dafür gehe ich nochmal in die bedingte Formatierung hinein. Und ich kopiere mir einfach die bedingte Formatierung für die erste Spalte. Und zwar über Duplizieren. Dann schiebe ich sie nach unten, gehe auf Bearbeiten und passe einfach die Spaltennamen hier an. Wir haben einmal die Spalte NF und die Spalte NG. So sollte das Ganze nun aussehen. Wir bestätigen mit OK, übernehmen und haben damit auch die bedingte Formatierung für diese Spalten gemacht. Und das Ganze wiederhole ich nun auch für die anderen vier Spalten. Das Ganze habe ich nun durchgeführt und so sollte das dann aussehen. Ich bestätige mit OK und nun dürften auch die übrigen Spalten hier wunderbar funktionieren. Und wir sehen, das klappt jetzt alles wunderbar. Wenn wir also nun Urlaub erfassen wollen, dann klappen wir das Ganze hier einmal zu, können dann den jeweiligen Urlaub hier eintragen und klappen das Ganze wieder auf und haben das ohne viel Mühe auf diesen Urlaubsplan mit Hilfe der bedingten Formatierung übertragen. Im nächsten Schritt möchte ich mir nun die Feiertage einblenden lassen. Und dafür habe ich hier ein zweites Arbeitsblatt, das heißt hier Feiertage. Und in einem anderen Video habe ich bereits gezeigt, wie man Feiertage berechnen kann. Das heißt, diese Feiertage werden hier berechnet, basierend auf dem Jahr, was ich hier in meinem Urlaubsplan eingegeben habe. Dann habe ich hier diese Spalte, in der diese Berechnung vorgenommen wird. Und in dieser Spalte habe ich einfach auf die Berechnungsspalte verwiesen. Hier rechts sehen wir dann die einzelnen Bundesländer. Wenn ich also nun nur die Feiertage für Bayern haben möchte, dann sortiere ich das Ganze hier von A bis Z und sehe, dass diese Feiertage für Bayern gelten. Die anderen kann ich dann hier einfach herausnehmen. Dann kann ich noch überprüfen, ob sämtliche Feiertage hier für mein Gebiet gelten. Wir haben hier beispielsweise das Augsburger Friedensfest. Dieses gilt dann nur für die Stadt Augsburg. Kann ich also zum Beispiel dann hier einfach rausnehmen. So, und das heißt, diese Feiertage sollen hier für mich eingeblendet werden. Und nun erstellen wir eine bedingte Formatierung und verweisen einfach auf diese Spalte hier. Wir gehen nochmal in den Urlaubsplan hinein. Bedingte Formatierung. Neue Regel. Dann geben wir eine Formel ein. Und zwar gleich oder B Dollarzeichen 6 gleich. Und dann verweisen wir auf die komplette Spalte hier. Das heißt, sobald hier irgendein Treffer erfolgt, dann soll die bedingte Formatierung angezeigt werden. Und zwar soll der Feiertag hier orange dargestellt werden. Okay. Dann müssen wir hier auch nochmal anpassen, auf welche Zellen die bedingte Formatierung angewandt werden soll. Hier sollte man nochmal überprüfen, ob die Formel auch nicht zerschossen wurde, nachdem man das geändert hat. Wir klicken auf übernehmen und schon werden mir die Feiertage hier eingeblendet. Und wenn ich das Jahr hier oben einmal ändere, dann werden mir die Feiertage hier nochmal korrekt ermittelt. Erfasst werden hier natürlich die beweglichen und die unbeweglichen Feiertage. Möchte ich die Feiertage nun für ein anderes Bundesland angezeigt bekommen, dann sortiere ich das Ganze hier zum Beispiel für Bremen. Dann sehen wir, dass diese Feiertage hier nicht relevant sind. Und den Reformationstag, den muss ich hier noch einfügen. So sollte das Ganze nun aussehen. Und wenn ich nun in den Urlaubsplan zurückspringe, dann werden wir nur noch die Feiertage für Bremen eingeblendet. Wir sehen, dass hier beispielsweise der 6. Januar nicht mehr als Feiertag eingeblendet wird. Das eignet sich nun auch super, um Brückentage hier zu identifizieren. Beispielsweise hier der 18. Mai. Dann könnte man hier wunderbar am 19. Mai einen Urlaubstag nehmen. Auch bei den Feiertagen habe ich wieder das Problem, dass mir die letzte Spalte hier ebenfalls formatiert wird, obwohl hier nichts enthalten ist. Und das lösen wir wieder mit der gleichen Formel, wie wir das schon bei den anderen bedingten Formatierungen getan haben. Das habe ich nun eben getan und wie wir sehen, verschwindet die bedingte Formatierung auch in diesem Fall. Nun möchte ich Rahmenlinien einfügen und auch hierfür nutze ich die bedingte Formatierung, damit mir in der letzten Spalte nur dann Rahmenlinien angezeigt werden, sobald ein Schaltjahr vorliegt. Wir stellen wieder eine neue Regel und ich gebe ein gleich, wenn ist leer, B, Dollarzeichen, 6. Wenn das zutrifft, dann soll mir falsch ausgegeben werden. Ansonsten soll mir wahr ausgegeben werden. Und dann gehen wir auf Formatieren, wählen hier den Rahmen aus und klicken hier auf Außen. Okay, dann schieben wir die Regeln ganz ans Ende und wir passen den Anwendungsbereich an auf B5 bis NC62. Übernehmen und schon erhalte ich hier die entsprechenden Rahmenlinien und die letzte Spalte bleibt frei. Wenn ich jetzt hier aber ein Schaltjahr eingebe, 2024, dann wird mir die letzte Spalte hier auch wunderbar formatiert. Nun möchte ich auch Rahmenlinien für meine Namensspalte und dafür erstellen wir wieder eine neue Regel. In diesem Fall kopieren wir uns einfach die Regel von vorhin und passen diese nun an. Zunächst einmal ändere ich hier den Anwendungsbereich und zwar auf A6 bis A62 und dann passe ich die Formel an. Die hat sich hier in diesem Fall automatisch angepasst, denn wir müssen hier prüfen, ob A, Dollarzeichen, 6 leer ist. So sollte das Ganze nun aussehen. Wir gehen auf Übernehmen und schon wird mir die bedingte Formatierung auch hier zutreffend angewandt. Dann möchte ich noch, dass mir neben dem Monat hier oben eine Rahmenlinie eingefügt wird und auch hierfür nutzen wir die bedingte Formatierung. Wir erstellen eine neue Regel und sagen hier B, Dollarzeichen, 3, ungleich, das wird so dargestellt, leer. Das sind zwei Anführungsstriche. Wenn das wahr ist, dann gehe ich hier auf den Rahmen und möchte links eine Rahmenlinie haben. So, okay. Wir klicken auf Übernehmen und das funktioniert noch nicht, da wir noch den Anwendungsbereich hier anpassen müssen. Und zwar soll mir das Ganze von der Zelle B3 bis zur letzten Spalte NC4 angewandt werden. So sieht mein Anwendungsbereich aus. Ich klicke auf Übernehmen und schon erhalte ich hier eine Rahmenlinie, damit die Monate hier optisch nochmal abgegrenzt werden. Als nächstes möchte ich noch, dass mir hier die Monate farblich abgegrenzt werden, damit man das optisch besser erkennen kann. Und dafür erstellen wir wieder eine neue Regel. Und hier sagen wir, wenn dieser Monat hier ist ungerade, und zwar der Monat von der Zelle B, Dollarzeichen, 6. Wenn das wahr ist, dann möchte ich die Zelle ausfüllen, und zwar in diesem Blauton. Okay, dann ändern wir noch den Anwendungsbereich, und zwar auf B5 bis NC6. So sollte das Ganze aussehen. Ich klicke auf Übernehmen und schon werden mir die ungeraden Monate blau dargestellt. Dann kopieren wir diese Regel und erstellen noch eine Regel für die geraden Monate. Ich gehe auf Bearbeiten und ich ändere die Formel auf Ist Gerade und dann passe ich hier noch die Farbe an. Dann sollen die Monate hier rot dargestellt werden. Der Rest passt. Ich klicke auf Übernehmen und schon werden mir hier die geraden Monate ebenfalls farblich abgegrenzt. Auch hier haben wir wieder ein Problem mit der bedingten Formatierung. Und das lösen wir wie gehabt mit der Formel Wenn Ist Leer. Sofern du möchtest, dass die Feiertage auch hier entsprechend farblich dargestellt werden oder auch die Wochenenden grau dargestellt werden, dann kannst du das ganz einfach bewerkstelligen, indem du die Reihenfolge dieser Regeln hier anpasst. Und zwar müssen wir nun einmal beispielsweise die Feiertage über diese Regel hier schieben. Wir klicken auf Übernehmen und dann passiert noch nichts, denn wir müssen auch noch sagen, dass diese Regel auf die Zelle B5 angewandt werden soll. Und schon werden mir die Feiertage auch hier eingeblendet. Und das Ganze können wir auch noch mal für die Wochenenden wiederholen. Und schon haben wir noch mal eine etwas bessere Übersicht erhalten. Das ist natürlich Geschmackssache, je nachdem wie du es magst, kannst du dir das hier einrichten. Ich möchte nun eine Einstellung tätigen, mit der Fehler bei der Eingabe von Datumsangaben vermieden werden können. Und dafür markieren wir einmal die ganzen Spalten mit den Urlaubsangaben. Dann gehen wir auf Daten, Datenüberprüfung und bei Zulassen wählen wir das Datum aus. Und nun können wir entscheiden, welche Datumsangaben hier getätigt werden dürfen. Und ich gebe hier beispielsweise 01.01.2000 ein und als Enddatum den 31.12.2100. Und hier können wir noch eine Fehlermeldung vorgeben. Ich habe hier beispielsweise geschrieben, dass nur ein zulässiges Datum innerhalb dieser Range hier erfasst werden kann. Dann bestätigen wir mit OK. Wenn ich nun versuche, ein Datum einzugeben, welches sich außerhalb dieses Zeitraums befindet, dann erhalte ich die entsprechende Fehlermeldung. Diese erhalte ich auch, wenn ich ein unzulässiges Datum eingebe, zum Beispiel dieses hier. Auch dann bekomme ich diese Fehlermeldung. Wenn man nicht möchte, dass diese Regelung auch hier oben angewandt wird, dann können wir diese Regelung hier noch mal deaktivieren. Ich markiere den Bereich. Wir gehen auf die Datenüberprüfung. Und bei Zulassen stellen wir das Ganze wieder auf jeden Wert um, damit hier oben nicht nur eine Datumsangabe erfasst werden kann, sondern alles Mögliche. Nun möchte ich weitere Schönheitskorrekturen vornehmen. Einmal gehen wir in die Ansicht und deaktivieren unter Anzeigen die Gitternetzlinien, damit das Ganze hier so aussieht. Dann gehen wir noch auf das Seitenlayout. Und hier stellen wir einmal die Breite und die Höhe ein. Als Breite möchte ich hier einmal fünf Seiten haben. Und bei der Höhe möchte ich nur eine Seite haben. Das ist hier alles relevant für den Druck, wenn wir das Ganze ausdrucken möchten. Dann gehe ich noch in die Drucktitel. Und hier möchte ich Wiederholungsspalten links haben, damit die Namen hier auf jedem Arbeitsblatt auftauchen, was wir dann ausdrucken. Dann möchte ich noch das Format anpassen. Idealerweise druckt man so einen Urlaubsplan auf A3 aus. Und daher stelle ich hier schon mal A3 ein. Dann stellen wir noch die Ausrichtung ein, und zwar auf das Querformat. Und bei den Seitenrändern wählen wir möglichst schmale Seitenränder aus. Jetzt können wir uns das Ganze mal betrachten. Wir gehen auf Drucken. Und wir erhalten hier eine Vorschau, wie das Ganze aussehen wird später. Einige Linien werden hier zwar nicht eingeblendet, aber wenn wir das Ganze ausdrucken, dann werden auch diese Linien eingezeigt. Und ich mache jetzt einmal einen Testdruck, und zwar als PDF-Datei. Ich habe nun einen Testdruck gemacht, und an sich sieht das Ganze schon mal gut aus. Wir haben hier noch das Problem, dass manche Datumsangaben nicht richtig angezeigt werden. Und dafür muss ich hier nochmal die Spaltenbreite anpassen. Die Spaltenbreite können wir hier einfach anpassen. Und zwar genau gesagt die Spaltenhöhe. Und so sollte das ungefähr ausreichend sein. Und ich drucke mir das Ganze nochmal aus, um zu überprüfen, ob alles funktioniert hat. Das ist nun mein neuer Ausdruck, und wir sehen, dass dieses Problem hier gelöst wurde. Und wir können nun nach unten scrollen, um uns die einzelnen Seiten hier einmal zu betrachten. Die Urlaubszeiträume werden hier auch nochmal eingeblendet. Wer das nicht möchte, der kann dies ausblenden lassen. Wie das geht, zeige ich nun. Und zwar gehen wir hierzu auf die Ansicht und wählen die Umbruchvorschau aus. Dann scrollen wir nach rechts. Und hier sehen wir, dass die Seiten hier eingeblendet werden. Und wir haben hier eine blaue Linie. Und die schieben wir uns einfach beiseite, so dass dieser Bereich nun grau hinterlegt wird. Wir wechseln wieder in die normale Ansicht. Und nun drucke ich das Ganze noch einmal aus. So, mein neuer Ausdruck sieht nun wie folgt aus. Die Datumsangaben werden hier nicht mehr eingeblendet. Nun möchte ich noch zeigen, wie man alle Mitarbeiter sortieren kann. Und zwar ohne, dass die Daten hier durcheinander geraten. Und dafür markieren wir zunächst einmal die Zeile 7. Dann drücken wir die Taste Steuerung, Shift und den Pfeil nach unten. Und so haben wir alle Mitarbeiter einmal markiert, inklusive der Urlaubstage. Dann gehen wir auf Daten und bei Sortieren und Filtern klicken wir auf Sortieren von A bis Z. Und schon haben wir die Mitarbeiter nach dem Anfangsbuchstaben sortiert. Und die Urlaubstage wurden hier entsprechend mit übernommen. Zu guter Letzt ist mir noch eine Sache aufgefallen, die man beachten muss, damit man sich die bedingte Formatierung hier nicht zerstört. Und zwar dürfen die Datumsangaben hier nicht ausgeschnitten und irgendwo wieder eingefügt werden. Wenn man das tut, dann passiert nämlich folgendes. Wir sehen, wir haben hier einfach eine neue bedingte Formatierung, die eigentlich nicht mehr zu dem passt, was wir haben wollen. Hier ist alles durcheinander geraten und daher mache ich das Ganze nochmal rückgängig. Wenn wir das nun überprüfen, dann sehen wir, dass alles in Ordnung ist. Was man machen darf, ist, man darf hier die Daten einfach kopieren. Das ist kein Problem. Aber eben nur nicht ausschneiden und wieder einfügen. Wir sehen, ich habe die Daten kopiert und die bedingte Formatierung ist weiterhin in Ordnung. Das war es soweit von mir. Wenn dir diese Vorlage gefällt, dann kannst du sie erwerben. Einen Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Ansonsten bedanke ich mich bei dir fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass einen Daumen nach oben da. Wenn es dir nicht gefallen hat, dann einen Daumen nach unten. Abonniere diesen Kanal, um neue Videos nicht zu verpassen. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.